So Leute, was geht ab? Ich mach wieder ein Spotlight zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Tut mir leid, dass es alles so lange dauert gerade. Und zwar von dem guten Kingpin. Denn ich hab's geschafft, einen Kingpin zu bekommen. Und zwar 3-Sterne-Version. Ich hab bei ihm, wie gesagt, auch sogar überlegt, ihn mir als 5-Sterne zu holen. Ich konnte ihn nicht wirklich ausgiebig testen, aufgrund von massiven Internet-Problemen. Aber ich denke, er ist eigentlich ganz solide. Also wenn jemand als 4-Sterne-Charakter hat, ist er glaube ich ganz lustig. Er kann gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob er auch wirklich stark ist. Wir sehen hier, er hat wieder so spezielle Team-Bonis. Zumindest 2 Stück als 3-Sterne-Version. Und er hat zum Beispiel mit The Hood oder Joe Fixed Kingpin plus 15 Wutumwandlungschance. Und der The Hood hat plus 20% Unsichtbarkeitsdauer, was auch ziemlich stark ist. Joe Fixed hat 15 Angriff, während der Gegner einen Debuff hat. Also das ist ja, Joe Fixed braucht niemand. Dann hat der Kingpin zusammen mit einem der beiden Daredevil einfach plus 60% Angriff im schweren Angriff. Also wenn er einen schweren Angriff macht, er hat er plus 60% Angriff. Und die Gegner können nicht ausweichen noch zusätzlich. Der Daredevil, der normale, der klassische, hat plus 40 Rüstungsdurchbruchdauer. Und der Daredevil, nein, das hat er Netflix, sorry. Der Daredevil klassisch hat plus 40 Präzisionsbuffdauer. Und ja, schauen wir uns doch den Kingpin mal genauer an. Ich habe ihn natürlich erweckt. Seine Passivfähigkeit ist wahres Wesen. Und die besagt einfach, dass der Fisk, also Fisk ist der Kingpin. Ich weiß nicht, warum sie ab und zu die richtigen Namen benutzen, aber der Charakter da nicht Fisk heißt, sondern Kingpin. Aber wie auch immer, Fisk hat die Fähigkeit, dass er mit zwei Wutausbrüchen den Kampf startet. Und wenn er aus dem Übermannungsmodus rauskommt, hat er eine 54,97% Chance in meinem Fall gerade, vier Wutausbrüche zu bekommen. Was der Übermannungsmodus ist, das kommt gleich noch. Dann gehen wir zu seinen Fähigkeiten. Und das ist die Wut, das ist eine Passiv. Wenn immer Kingpin einen Debuff bekommt, hat er eine 50% Chance, ihn in permanente Wut zu verwandeln, die keinen Effekt erzielt. Das bedeutet, ihr kriegt oben so eine Faust, das ist ein Wutausbruch. Der ist permanent, also bis er verbraucht wird. Und der hat einfach das Ziel, dass er hochstackt. Und ich schätze mich cool, weil er den Debuff umwandelt, ähnlich wie Agent Venom, 50% ist okay. Wenn es nochmal 70 mehr, wäre es nochmal geiler, aber ist auch so schon cool. Jeder Debuff und jede Wut bei Kingpin bestärkt nur mehr seine Entschlossenheit, was seinen Angriff um 116,75 steigert und die Kraftzufuhr um 5%. Das bedeutet, die Wutbuffs, die ihr sammelt, die geben euch eigentlich doch Angriff, aber es ist halt einfach unter einem anderen Kategoriepunkt hier abgehakt. Und gleichzeitig auch die Debuffs, die ihr kriegt, also wenn der Gegner euch noch Vergiftung gibt oder Bluten oder wenn ihr zum Beispiel Suicide spielt, mit den beiden startet. Nehmen wir an, ihr ist ja weg und ihr spielt mit Suicide, dann startet ihr quasi mit 4 Debuffs, also beziehungsweise ihr kriegt zweimal die Wut und habt zweimal den Debuff, wodurch das schon viermal triggert. Nur so nebenbei. Wenn immer der Gegner einem der Angriffe Kingpins ausweicht, gewinnt er eine Wut, Cooldown 1,5 Sekunden, das heißt, wenn ihr gegen einen Spider-Man oder Nightcrawler oder sowas kämpft und die weichen aus, dann kriegt ihr auch so einen Wut-Debuff. Ich sag gerade Debuff, weil er ist oben rot gekennzeichnet, aber eigentlich ist er ein Buff. Und jetzt der Übermannen-Buff. Wenn Kingpins, Debuffs und Wut zusammen auf 8 kommen, verwandelt er sie in einen Übermannungs-Buff, der 12 Sekunden andauert und seinen Angriff um 1167,5 steigert. Das ist eigentlich ziemlich krass, also auch wenn ihr Debuffs habt, auch wieder hier, wenn ihr Suicide startet. Wenn ihr Suicide-Mastery startet, Wut generiert und ja, dann kommt ihr auch recht schnell eventuell auf die 8, dann wandelt er die alle um, das heißt, eure Suicide-Debuffs sind dann weg danach. Und er kriegt halt für 12 Sekunden 1167 Angriffs-Plus und diese 1167 ist eigentlich ein ziemlich krasser Wert, weil hier links ein bisschen im helleren Bereich seht ihr auch, ich hab gerade mit ihm aktuell 480 Angriff. Das heißt, er kriegt mehr als das Doppelte seiner Angriffskraft nochmal dazu, also er verdreifacht, also er mehr als verdreifacht seinen Angriff. Ziemlich krass. Und während er in diesem Modus ist, werden seine Superkräfte unabwehrbar und er kann keine Wut mehr bekommen. Und eben wenn er aus dem Übermannungs-Modus rauskommt und er ist ja weg, dann habt ihr eine Chance von eben ca. bei mir jetzt 50% wieder 4 Wut-Buffs zu kriegen. Das heißt, ihr könnt sehr schnell wieder in diesen Modus reinkommen. Dann schwere Angriffe. Während er einen schweren Angriff lädt, wird Kingpin für 0,8 Sekunden unaufhaltsam und hat 1233 zusätzliche physische Resistenz. Das ist der Punkt, den ich an ihm einfach ultra cool finde. Das heißt einfach, ihr macht einen schweren Angriff und ihr werdet einfach unaufhaltbar. Das heißt, ihr seht den Gegner irgendwie... Also, ich hab schon ein bisschen mit ihm damit drum herum gespielt. Also, ihr seht den Gegner, er macht zum Beispiel einen Fehler, ihr geht in einen Angriff rein vom Gegner, den ihr nicht blocken könnt. Also, zum Beispiel eine Special oder so. Und dann macht ihr halt... Dann schafft ihr es vielleicht auch in den Heavy reinzukommen, wodurch ihr kurz unaufhaltbar werdet, indem ihr dann plötzlich wieder in den Block umsteigen könnt. Dadurch kriegt ihr natürlich ein bisschen Schaden, aber er gibt euch nicht die komplette Kombo mit. Das ist ziemlich cool. Und wenn Kingpin drei schwere Angriffe innerhalb von 2,5 Sekunden landet, erlangt er einen Wutausbruch, der seinen Angriff für 10 Sekunden um 350 verstärkt. Ähm... Ja, und dadurch, dass er unaufhaltbar wird, kann man dieses Ding wirklich geil spammen. Es ist echt cool. Also, ich hab... Wie gesagt, ich hab mir überlegt, ihn als 5 Sterne zu versuchen, weil... Er sieht scheiße aus. Ich mag den Charakter auch nicht, aber ich find seine Fähigkeiten noch ganz cool. Ähm... Und während der Kingpin einen Wutausbruchs buffert, kann er nicht unaufhaltsam werden. Also, das heißt, wenn er quasi diese Wutausbrüche hier bekommt, äh, also diesen von diesen drei schweren Angriffen, kann er danach nicht mehr unaufhaltbar werden. Das heißt eben, dieser Buff, heißt quasi für 10 Sekunden, könnt ihr nicht unaufhaltbar werden. Was quasi verhindern, dass ihr einfach nur noch Heavy, 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 Heavy macht. Dann, Superangriff 1. Infiziert den Gegner mit schwarzem ISO 8, was über 12 Sekunden einen Direktschaden von 700,5 bewirkt. Gegner auf, ähm, schwarzen ISO 8 erleiden 45% verringerte Defensivfähigkeiten zur Genauigkeit und einen um diesen Wert reduzierten Angriff. Also, ihr Gegner macht halt weniger Schaden einfach und seine Defensivfähigkeiten haben halt verringerte... Ja, sind halt auch verringert prozentual. 45%, ist nicht so wenig. Ganz okay. Nichts, worauf man geht und sagt, das ist Charakter-OP, aber schöner Nebeneffekt natürlich. Superkraft 2 100% Chance, einen unaufhaltbaren Buff zu bekommen, der für 6,5 Sekunden anhält, was enorm lang ist, Leute. 6,5 Sekunden ist ewig, gerade wenn ihr gegen ihn spielt. Während er unaufhaltsam ist, bringt jeder Treffer den Kingpin, einsteckt eine hundertprozentige Chance, einmal Wut zu gewähren. Das bedeutet, wenn ihr unaufhaltbar seid in der Superkraft, also nach der Superkraft 2 und der Gegner schlägt euch, dann unterbrecht ihr seine Kombo ja eh wieder, weil ihr ihn direkt zurückschlagt, aber ihr kriegt Wut dafür. Was auch noch interessant sein kann, wenn ihr irgendwie gerade auf 7 Wutausbrüchen seid oder 7 Wutausbrüchen und Debuffs zusammen und ihr denkt jetzt, okay, ich will jetzt gerade noch die 8 kriegen, dann kriege ich nämlich den Übermannsmodus gleichzeitig noch aktiv. Und dann nehmt ihr halt einfach einen ins Gesicht und danach greift ihr zurück an. Dann Superkraft 3, Kingpin erhält 2 Wut, falls er im Übermannenmodus ist, erneuert er stattdessen die Dauer des Übermannenmodus. Ja, soviel zu Kingpin. Ich finde ihn, wie gesagt, ganz lustig. Ähm. Ob er jetzt wirklich gut und sinnvoll ist, das sei mal so dahingestellt. Ich wüsste jetzt nicht, wo man ihn groß bräuchte oder benutzen sollte. So, wir starten. Und ihr seht gleich, ich starte mit 2 dieser Wutdinger auf mir drauf. Und ein Problem, was ich jetzt hab, also ich könnte natürlich, ähm, Debuffs und solche Späße könnte ich, äh, umwandeln. Mit einer 50%-Ding-Chance. Hat jetzt hier bei der Blutung nicht geklappt, schade. Aber, da ich eben nur ein 3-Sterne-Charakter hab und das hier drin sehr schwierig ist, auf die 8 Debuffs und Wutdinger zu kommen, müssen wir Vorliebe mit Superkraft 3 nehmen, weil durch Superkraft 3 kriegen wir 2 Wutausbrüche. Das heißt, wir machen jetzt insgesamt 2, äh, 3 mal Superkraft, äh, 3. Danach kommen wir in den Übermannensmodus, um euch das zu zeigen. Wir müssen gucken, dass wir Superkraft 1 möglich späten, weil irgendwie, wir nehmen recht viel Schaden durch den Block. Das dauert jetzt kurz, ist ein bisschen langweilig, tut mir leid. Das dauert jetzt. Seht, wir haben schon 6 dieser Wutteile. Im Schluss werden wir auch probieren, natürlich noch Debuffs umzuwandeln, aber da die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass ich dabei sterbe, schiebe ich das mal auf den Schluss. Weil wir natürlich nur ein 3-Sterne-Kingpin haben. So, jetzt kommen wir in den Übermannensmodus, rein, weil wir jetzt 8 Wutteile haben. Ihr seht das. Jetzt haben wir natürlich, äh, deutlich mehr Schaden. Schade. So, jetzt zeigen wir euch noch die anderen Superkräfte. Superkraft 1, das ist der Debuff, was die Abwehr, ähm, und den Angriff runter nimmt um 45%. Und halt noch ein bisschen Schaden über Zeit macht, aber das ist nicht so, äh, der Rede wert. Aber noch Superkraft 2. Und da seht ihr jetzt, dass wir unaufhaltbar sind, für 6,5 Sekunden eben. Sehr lange Zeit. Bringt uns jetzt nichts, wenn wir vom Level her so weit hinter dem gegnerischen Charakter sind. Ja, und dann zeige ich euch jetzt auch die Heavis. Und ihr seht auch hier, ich werde unaufhaltbar. Ja. Ähm, hat er mich erwischt? Gar nichts machen. Unaufhaltbar, äh, hat, hat mich trotzdem aufgehalten. Ähm, ich denke aber, wir haben so gut wie alles gesehen vom Kingpin. Kingpin überzeugt eher, wenn er natürlich gegen irgendetwas kämpft, was viele Debuffs wirft. Oder halt, ja, irgendwo wo er viele Sachen umwandeln kann. Wo dieses ganze Zeug eigentlich zum Tragen kommt. Kämpfen wir mal kurz gegen den Iceman. Einfach um zu gucken, ob wir den Kälteeinbruch am Anfang umwandeln in permanenten Buff. Ja, hat geklappt. Da seht ihr, also das mit dem Umwandeln der Debuffs. Nochmal den Kälteeinbruch umgewandelt. Aber jetzt werden wir trotzdem sterben. Ja, die Froschbollen sind halt schon brutal. Äh, ja, aber darum ging es nicht. Ich wollte euch nur kurz zeigen mit dem Umwandeln und gegen sowas, das ist ja eigentlich so sein Hauptmitteil. Was ziemlich cool wäre, wäre sicher, ähm, gegen ein Abomination zu kämpfen. Habe ich aber hier gerade keine der Top-Lüchte drin. Ähm, es wird wahrscheinlich auch keinen geben. Auf jeden Fall, das war's zu Kingpin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich finde den Charakter ganz okay. Ist, glaube ich, ganz lustig. Könnte ein guter Defender vor allem sein, weil gerade bei Defendern, äh, da hat er halt die Chance, deutlich häufiger, Dinge umzuwandeln, weil der Gegner euch die ganze Zeit pariert. Und bei jedem Parieren ist die 50% Chance, dass er, ähm, das natürlich umwandelt in Wutausbruch, was ziemlich stark ist. Und allgemein habt ihr auch mehr Leben. Superkraft 2 macht euch unaufhaltbar. Ich denke, er ist aktuell ein bisschen unterschätzt von vielen Leuten. Ich finde ihn nämlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.